Poliboy, bin schon da! Poliboy und Sesamöl sorgen außerdem für Widerstandsfähigkeit und dauerhaften Schutz vor täglicher Beanspruchung und Farbveränderungen. Zur Anwendung wird ein fusselfreies, trockenes Tuch benötigt. Düse des Sprühkopfes öffnen und Flasche schütteln. Möbelpflege in der Sprühflasche aus ca. 20 cm Entfernung auf das Holz sprühen oder eine kleine Menge auf das Tuch geben und anschließend auf der Oberfläche gleichmäßig verreiben. Die Pflege einziehen lassen und gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch für noch mehr Glanz nachpolieren. Ältere, empfindliche oder offenporige Flächen sollten nie direkt angesprüht werden. Bitte immer an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Wenn nach der Oberfläche einziehen lassen ist, wird muss noch gut sein. Wenn nach der Oberfläche es einem